Man hat das Gefühl, Olaf Scholz schiebt inzwischen Maßnahmen, Gesetze, die er auf den Weg gebracht haben will, wie Scheinarmeen vor sich her und versucht, den Deutschen zu verkaufen, dass alles in Ordnung kommen wird. Nur per Augenschein würde ich dem Kanzler eine medizinische Untersuchung anraten. Das, was wir bei Olaf Scholz sehen, ist allerfeinste deutsche Bunker-Mentalität. Er ist beschützt in diesem Bunker von bewaffneten BKA-Leuten, von gepanzerten Limousinen und so weiter. Die Menschen im Land sind es einfach nicht. Und auf die Menschen im Land drückt dieser Migrationsdruck ein. Und wir erleben jeden Tag sexuelle Übergriffe, Messerübergriffe und so weiter und so fort. Und Olaf Scholz versucht es wegzudrücken. Olaf Scholz ist inzwischen in seiner eigenen Welt. Wer kann es ihm verdenken bei Zustimmungswerten von 0 Prozent? 0 Prozent! 0 Prozent der Deutschen wünschen sich noch die Ampelkoalition. Der ehemalige BILD-Chefredakteur Julian Reichelt und die Sportkommentator-Koryphäe Waldemar Hartmann haben Olaf Scholz so ordentlich in die Mangel genommen und dabei aufgezeigt, was in dieser Politik schiefläuft. Hintergrund war der, dass Olaf Scholz uns im ZDF-Sommerinterview zum Thema Asyl erklären wollte, dass in Deutschland alles nahezu reibungslos läuft. Und weil diese Aussage eben nicht unbedingt der Realität entspricht, sind Waldi Hartmann und Julian Reichelt mit dem Kanzler hart ins Gericht gegangen. Liebe Zuschauer, bevor wir uns aber anschauen, was die beiden zu sagen haben, schauen wir uns erstmal an, was Olaf Scholz hier eigentlich so von sich gegeben hat. Wir haben dafür gesorgt, dass in Unterkünften man sich umgucken kann. Wir haben den Gewahrsam ausgeweitet. Das alles ist bereits Gesetz und es ist also falsch, den Eindruck zu erwecken, als ob wir jetzt erst handeln. Alles das hat 10, 20 Jahre vorher gar nicht stattgefunden und ist ein großer, großer Fortschritt, für den diese Regierung Verantwortung hat. Olaf Scholz will uns hier also ernsthaft glauben lassen, dass die Politik unter seinen Fittichen doch gehörig viel bewegt und alles richtig gemacht hat. Stellt sich nun aber die Frage, wenn doch alles richtig gemacht wurde und so gut läuft, warum haben wir dann eigentlich inzwischen ein immer größer werdendes Problem mit Migration? Also mehrere Punkte zu diesem bemerkenswerten Interview gestern. Erstens, Olaf Scholz steht offenbar ganz kurz vor einem Umzug in die Vossstraße. Historischer Witz werden nicht viele verstehen. Was war in der Vossstraße? Der Bunker. Oh nein, ist das ein Hitler-Vergleich? Nein, ist es natürlich nicht. Aber das, was wir bei Olaf Scholz sehen, ist allerfeinste deutsche Bunker-Mentalität. Julian, Entschuldigung, wenn ich die unterbreche. Ich hatte den Eindruck, ich muss es loswerden. Also nur per Augenschein würde ich dem Kanzler eine medizinische Untersuchung anraten. Olaf Scholz hat sich in seine vollkommen eigene Welt zurückgezogen. Interessant, neulich ein spannender Newsletter von den Kollegen von Politico, die eben genau diese Bunker-Mentalität beschrieben haben. Sehr humorvoll ging er um Vergleiche mit dem Film Der Untergang, mit dem Angriff Steiner wird das alles in Ordnung kommen. Man hat das Gefühl, Olaf Scholz schiebt inzwischen Maßnahmen, Gesetze, die er auf den Weg gebracht haben will, wie Scheinarmeen vor sich her und versucht den Deutschen zu verkaufen, dass alles in Ordnung kommen wird. Das, was er dort verkündet, ist an Absurdität schlichtweg nicht mehr zu überbieten. Dass er sagt, er hätte das größte Migrationspaket, es würde die Zurückweisung schon geben. All das existiert tatsächlich nicht. Ja, es gibt an einzelnen Grenzübergangspunkten durchaus brave, tapfere Bundespolizisten. Auf Druck der Opposition und weil es eine Europameisterschaft gegeben hat, sonst hätte doch Nancy Faeser diesem Druck nie nachgefolgt. Wenn dort mal jemand tatsächlich aufkreuzt, der sagt, guten Tag, ich komme aus Afghanistan und ich bin in Griechenland schon als Asylsuchender registriert, dann wird der vielleicht auch mal zurückgewiesen. Das, was Olaf Scholz da verkündet, dass es ein signifikantes Maßnahmenpaket gibt, was Migration in irgendeiner Weise begrenzt hätte, das stimmt nicht, das existiert einfach nicht. Olaf Scholz ist inzwischen in seiner eigenen Welt. Wer kann es ihm verdenken bei Zustimmungswerten von 0%, 0% der Deutschen, wünschen sich noch die Ampelkoalition. Natürlich neigt man in einer solchen Situation, wenn man schwarz auf weiß, von den eigentlich Verbündeten des öffentlich-rechtlichen Fernsehens präsentiert bekommt, im Deutschlandrennt. Schau mal, Olaf, hier ist deine Koalition, da steht Ampel und dahinter steht eine 0. Und dann habe ich noch 0% Wachstum. Olaf Scholz, der Doppel-Null-Agent der Bundesregierung, das schafft sonst nur James Bond. 0% Wachstum und 0% Zustimmung. Natürlich neigt man dann dazu, sich in den Bunker zurückzuziehen, in den gedanklichen, geistigen Bunker. Das Problem ist nur, er ist beschützt in diesem Bunker von bewaffneten BKA-Leuten, von gepanzerten Limousinen und so weiter. Die Menschen im Land sind es einfach nicht. Und auf die Menschen im Land drückt dieser Migrationsdruck ein. Und wir erleben jeden Tag sexuelle Übergriffe, Messerübergriffe und so weiter und so fort. Und Olaf Scholz versucht es wegzudrücken. Noch zwei kleine Punkte. Olaf Scholz war dermaßen dünnhäutig in diesem Interview und hat die Kolleginnen vom ZDF so oft angefahren, dass ich ihn nur noch Olaf Motz nenne. Bundeskanzler Olaf Motz. Weil immer eine kritische, ja das liegt auch an ihren kritischen Fragen, dass die Lage so schlecht ist. Und der dritte Punkt, muss man aber auch sagen, leichte Kritik am ZDF. Wisst ihr, ich habe es nämlich mit der Hand gestoppt, Wann bei einem 20-minütigen Interview die erste Frage zum Thema Migration kam? Oh, ganz hinten. 1356. Nachdem man über Brandenburg und Woidke und wie es in der Uckermark läuft gesprochen hatte. Da kam dann die erste Frage zum Thema Migration. Und sie lautete nicht etwa, wie normale Menschen sie fragen würden, stellen würden. Herr Bundeskanzler, was tun Sie, um unser Leben zu beschützen? Sie lautete, ja die Opposition treibt sie ganz schön vor sich her. Merz hat da Dinge gefordert, die sie noch nicht. Geraten Sie da? Das ist mir doch vollkommen egal, ob die Opposition. Ich möchte einfach nur, dass diese verdammten Grenzen beschützt. Julian Reichelt hat es bei diesem Auftritt wieder mal auf den Punkt gebracht. Die Zahlen, die er präsentiert, spiegeln das wieder, was in der breiten Masse auch wahrgenommen wird. Und schauen wir uns dafür jetzt mal ein paar aktuelle Zahlen an, die diese Aussagen von Herrn Reichelt perfekt untermauern. So hat selbst die Zeit, die eher als linke Zeitschrift gilt, darüber berichtet, 73% der Deutschen sprechen sich für die Einführung dauerhafter Grenzkontrollen aus und 72% befürworten, dass die Sicherheitsbehörden mit mehr Befugnissen ausgestattet werden. Ein Blick auf die harten Fakten, liebe Zuschauer, erklärt auch eben genau diese Einstellung. So geht es nämlich nicht nur um Gewaltdelikte mit Messern, sondern auch um Übergriffe, bei denen Zuwanderer als Tatverdächtige aufgeführt werden. Und obwohl diese Daten aus offiziellen Quellen stammen, werden diese, warum auch immer, so gut wie nie thematisiert. So gab es nämlich im Jahr 2017 bereits 5066 sexuelle Übergriffe, bei denen die Täter Zuwanderer waren. In der Folgezeit stiegen diese Zahlen drastisch an. Im letzten Jahr lagen die Zahlen sogar bei 8595 Fällen. Und liebe Zuschauer, würden wir jetzt noch weitere Straftaten hinzunehmen, könnt ihr euch ganz sicher vorstellen, dass das Ausmaß des Problems noch sehr viel größer wäre. Aber, liebe Zuschauer, ich muss euch jetzt hier natürlich nicht mit all den Zahlen füttern. Fakt ist, nahezu jeder Bürger hat auch inzwischen verstanden, dass es in Sachen Migrationspolitik, so wie es jetzt geht, nicht weitergehen kann. Und da ist es egal, ob Kanzler Scholz das jetzt gut findet oder nicht, denn das spielt keine Rolle. Am Ende nämlich liegt die Macht beim Bürger. Oder zumindest theoretisch. Wie seht ihr das, liebe Zuschauer? Waren die Worte von Julian Reichelt und Waldi Hartmann für euch so ein bisschen wahlsam für die Seele oder könnt ihr hier nur widersprechen? Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst ein Like da, abonniert meinen Kanal und teilt dieses unglaublich wichtige Video mit all euren Freunden.